Scheiße, scheiße, scheiße,he perfect. Um Gottes willen. Ey please, sag.... Hello Neighbor! Ahh. Das sind deine Sounds, die er macht. Ich hab fies. Fucking sex ey. Das war echt krass. Vollere dunkle Waldwee. Wir sind jetzt bestimmt auch wieder hier eingesperrt, ne? In sowas ähnlichem wie vorhin auch. Kann man da aus? Oh Gott. Was geht ab, was geht ab? Was macht der? Geht das auf? Ey, das geht auf. Was ist denn hier? Ich glaube, der kommt, oder? Ne. Okay. Hier ist eine Puppe. Die können wir nicht aufheben. Es scheint jetzt so wie eine Sequenz, in der wir nichts machen können. Also ich denke, wir müssen dann gleich durch diesen Schacht durch. Der geht wahrscheinlich jetzt auf einfach. Ne, geht er nicht. Aber ich kann, so wie es aussieht, nichts aufheben. Aber ich kann hier hinten hin. Ah, okay. Ich alt, das raffiniertes Kind. Was ist denn hier? Ein Radiator. Ach, super. Aber wie komme ich denn jetzt hier raus, Nachbar? Ih. Nachbarlein. Ih. Was ist denn das? Oh Gott, da kann der Fass... Oh. Da kann der Fass da durch. Oh, hört ihr das? Hol mich doch, du altes... Oh. Komm doch her, wenn du dich traust, du Pisse. Was? Oh Gott. Passiert gleich was? Na ja, okay, gehen wir weiter, gehen wir weiter, gehen wir weiter. Was ist hier, was ist hier? Ha, Bücher, kann man nicht aufheben. Okay, also hier geht es aber gar nicht lang. Da ist ja alles zu. Der läuft über uns, der läuft oben in seinem Haus rum und wir sind ja unten eingesperrt. Was pinkelt der gerade? Wir müssen 100 pro hier durch. 100 pro. Man muss dagegen rennen. Ja, gut. Ich bin nicht das hellste Kind. Ja, das ist nicht so tragisch. Hallo? Nachbar! Nachbar, ich kack dir sowas von deinem Flur, Alter. Wenn du mich hier noch länger quang hältst, scheiße, ich alles wohl... Oh Gott. Ich geh ins Licht. Wir sind jetzt hier. Wir sind hier. Ich hab das Haus umgebaut. Oh mein Gott, wie geil. Oh! Leute, wie geil. Wie geil ist das jetzt? Guck mal da. Ist hier zu? Oh, Nachbruch. Nachbruch, please don't touch me. Oh fuck. Kommt der hier hoch? Ja, ich kann hier hoch. Fuck! Okay, warte mal. Der braucht voll lang beim Klettern. Der braucht ultra lang. Vielleicht kriegt er mich jetzt nicht, wenn ich einfach davon renne. Hier kann man irgendwo drehen. Kann man das nicht drehen? Schade. Ja, ich hab ihn ab. Oh fuck. Oh fuck, dude. Warte mal, ich mach hier auf. Nein. Ich wollte... Ah! Ah! Du bist zu blöd, um mich zu fangen, du Dummkopf. Jetzt hab ich nichts, um das hier aufzumalen. Kommt der hier her? Schaffst du das? Um Gottes Willen. Nein, er ist runtergefallen. Boah! Ist das geil, Leute. Mir platzt der Kopf. Es ist genauso wie damals. Ich mach jetzt mit diesem extrem stabilen Kissen das Fenster auf. Super, er macht das andere auf. Das ist ein Juckel. Ach, der ist der Minder. Ach, gerade aber erst. Dabei ist der so gleich mit Hut. Der ist so gleich mit Hut, wenn ich bei ihm bin. Oh, lass mich drauf. Ja. Sterb einfach. Sterb einfach, du Bunker. Kann ich jetzt hier aufkloppen? Nee, ne? Okay, wir brauchen eine Brechstange. Du kommst hier nicht hin, ne? Du fällst da wieder runter. So wie vorhin auch. Ha! Hey, das ist eine durchgehende Angst hier, weil du nicht weg kannst. Er ist f***ing you all the time, you know? Er ist f***ing you all the time. Aber mit der Leiter kann man halt dann doch echt einiges machen. Ich versteck mich kurz. Okay. Ist er jetzt wieder da? Nee, ist er nicht. Da ist ein Lichtschalter oder ein... Super, hier ist zu. Warum ist das Bad zu? F***, er ist da. Ich geh mal kurz rein. Nee, er ist wieder draußen. Er ist wieder draußen. Okay, warte mal. Der Kamka? Hat der überhaupt eine richtige Tür? Was ist denn da oben? Guck. Ha! Okay, ich hab diesen Schalter umgelegt. Da kann man auch nicht rein. What the f***? Oha, Leute, das ist eine riesige Dampfmaschine. Wir sind nie sicher vor ihm, ne? Eklig. Professor McFarlane? Yes, yes. Also wir haben das hier geöffnet. Dieses Valve. Ja. Gib mir einen f***ing Dashlamp, dude. Oh f***, da draußen ist er. Oh, warte. No, 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 no. Ich bin im Schra... Mein Freund. Ich hab Angst. Oh, wie er kurz herkam. Ist da jemand drin? Nö. Alter, er hat sich hier schon aufgekloppt, alles. Der dumme Batz. Okay, warte. Ja, komm. Jawohl. So, das Schloss ist schon mal offen. Okay. Das ist auch betätigt. Ich geh hoch. Boah, es ist grad ultra spannend, Leute. Oh nein. Wo, wo? Wo ist denn der jetzt angeblich gewesen? Der ist einfach zu... Ah, das ist der Raum, wo wir oben noch nicht ganz dran kommen. Da oben ist noch eine Taschenlampe. Er hat scheinbar Angst im Dunkeln. Ich mach jetzt hier drüben auf. Hier ist auch zu. Super. Ah, da kommt man vielleicht runter. Mit der Leiter. Ich glaub, er rafft gar nicht, dass wir hier drin sind, ne? Ich glaub, wir sind auch erstmal safe. Jetzt vor eben... Ah, hier ist nochmal ein Rohr, nachdem ich gar nicht geschaut hab. Was ist denn hier los? Oh. Okay, warte mal. Hä? Ja, die Tür geht schon mal auf. Okay. Ah, das kann man füllen mit Wasser. War hier noch irgendwas zum Betätigen? Da oben brauchen wir wahrscheinlich einen Henkel. Und hier muss halt das Wasser reingeleitet werden. Da draußen gehen die Rohre raus. Beziehungsweise von da kommen sie rein. Wahrscheinlich müssen wir draußen viel mehr machen. Hier drin ist, denke ich, nicht alles sofort zu lösen. Aber wisst ihr was? Hier ist, denke ich, auch einfach kein Strom drauf, ne? Ja, guck mal. Hier ist ein Power-Cable. Das führt da raus. Ich muss jetzt halt wieder rausgehen, ne? Es hat keinen Sinn, hier drin rumzukacken. Oh, Fock! Warum war der direkt vor der Tür? Sind ja noch irgendwelche Fenster, die ich vielleicht rein... Oh, er ist echt nah. Er ist echt nah. Was liegt da? Nein! Er hat uns am Sack erwischt. Ist das cool geworden, Leute. Echt richtig, richtig Props an die Verwickler. Wir brauchen hierfür wieder eine... Was haben wir denn da? Guck mal, das Kabel geht hier rüber. Ah, das öffnet das hier. Und dann kommt man aufs Trampolin? Und damit kann man wahrscheinlich voll weit hochspringen, oder? Ne. Oh, Gott! Okay. Mein Herz. Er ist einfach direkt zu uns hingesprungen. Das habe ich jetzt gerade nicht erwartet. Lass mal nachher draußen noch gucken. Vielleicht ist da irgendwas noch versteckt. Ich weiß noch, in irgendeinem anderen Teil war hier draußen auch was. Also ich kann das hier nicht betätigen. Kann ich da was ranschmeißen vielleicht. Kann nicht, aber es bringt nichts. Da! Jawohl, es fließt. Also es fließt da oben lang. Da hinten durch. Wahrscheinlich da hoch. Und kommt dann vielleicht hier wieder hoch? Hallo? Sieht der mich jetzt nicht mehr, oder was? Guck mal hier. Er hat mich jetzt entdeckt! Da ist ja ein Kind in meinem Garten! Oh! So ein Schafockel, der Kerl. Ein Fuckel. Da oben ist noch eins. Ha! Ne. Da fehlt's. Da fehlt's. Da müssen wir auch irgendwas anschalten. Oh. Ding! Okay, passt auf. Nö! Ha! Du blöder Mann! Nein! Bitte sei einfach und mach irgendwas da oben. Vielleicht kann man die Teile als Sprunghilfe benutzen. Das weiß ich nicht. Ich geh da nochmal drauf. Es ist schon so ein bisschen rutschig da oben. Oh! Ne Pfanne! Willkommen bei PUBG. Wir sind am besten ausgenutzt damit. Oh! Warte mal, warte mal. Wir können auch hier rein. Ja! Oh. Kann man da irgendwas machen? Jetzt ist das Wasser warm. Na ja klar, das hatten sie schon mal. Da musste man irgendwas fluten und danach eineisen. Ich denke, das geht genau damit. Aber hier fehlt auch nochmal so ein Zwischenstück. Also, dass es grundsätzlich einfach dann geht irgendwann. Guck mal, er hat den Strom wieder angemacht. Wie er da steht an dem Teil. Er will es ausmachen. Oder anmachen. Wow! Alles klar, kommen wir so irgendwie da oben dran? Ich glaube nicht. Ah, okay. Alles klar, ist erledigt. Ich glaube, wir müssen einfach nochmal alles absuchen. Irgendwas fehlt. Also, das Ding ist auf warm gestellt. Hier ist sonst nichts, oder? Ne. Oh Gott, er kommt gleich. Er kommt gleich. Oh no. Schnell, schnell, schnell. Oh, er kommt. Oh Gott, was macht er jetzt? Geh weg. Okay, perfekt. Er macht sogar hinter sich immer die Tür zu. Das ist echt krass. Okay, es ist hier irgendwie was. Nein. Da war ich halt gemeiner, Mann. Du laupt jetzt. Hello. Man kann einfach weglaufen. Ah, ne, kann man nicht. Oh, was erwartet uns hier? Glaubt ihr, wir sind immer mal auf die Spur gekommen, dass da drin noch irgendwas ist? Wenn jetzt so eine Sequenz kommt. Was ist denn da oben? Gehen wir halt mal rein. Hallo? Hallo, sie? Muss ich hier jetzt einsteigen, oder? Ja. Puh. Los geht's, mein Freund. Die Tür auf, gell? Johann. Ah, sehr gut. Oh, wie cool. Das ist ja ultra cool. Halt die Mucke. Wow. Ist das ein Teuf? Ich kann mich nach hinten gucken. Ich kann mich nach hinten gucken. Wirklich. Ich will nach hinten gucken. Oh. Wo sind wir denn hier? Jetzt kommt gleich die Ultramäßige ab. Oh, fahren wir jetzt gleich rückwärts einfach. Weil wir es nicht hoch schaffen. Da steht nämlich jemand. Vielleicht schiebt der uns dann einfach zurück. Ob wir das schaffen? Wow. Genau. Fetter Raum. Okay, stopp. Oh. In den Sarg. In den Sarg reingefahren. Das ist doch bestimmt Sarg-Time hier, oder? Ja, was wollte ich sagen? Genau. Wir müssen drinnen unbedingt weiter hustlen. So, schnell, schnell, schnell. Wo bist du denn, du Pisser? Ja. Nein. Ich hab's noch. Jawohl. Wisst ihr, was das jetzt heißt, Leute? Daumen nach oben. Daumen nach oben. Woh!